TV-Straßensound TV-Straßensound heute mit den Live-Fan Fragen an PA Sports Wir haben dieses Foto gerade während des Interviews geschossen und hochgestellt und ihr habt einige Fragen an den PA gestellt Die erste Frage kommt von Sascha Köster Welchen Wagen fährt er gerade? Was war sein erstes Auto und welchen Wagen würde er niemals fahren? Mein erstes Auto war ein 3er BMW 320 E 36 oder 46 Also so ein Baujahr 97 oder so Das war voll geil als ich 18 war Aber ich habe auch im ersten Jahr wo ich Führerschein hatte habe ich viele Leihautos gefahren Das hat mich so autosüchtig gemacht Zuletzt hatte ich ein E Coupé Den habe ich jetzt gerade von Mercedes abgelöst weil ich da zu viele Kilometer gemacht habe und deswegen hat es sich nicht gelohnt den zurückzugeben Ich habe den komplett gekauft und verkauft den gerade und sobald ich habe jetzt schon was in Aussicht aber ich bin mir noch nicht ganz sicher Aber die Leute werden doch erfahren sobald mein Auto kommt Ich muss doch einmal angeben und einmal Foto posten und dann wissen die Leute Bescheid Es geht auf jeden Fall weiter nach oben Und was würdest du niemals fahren? Jetzt ohne auf dicke Hose oder so machen zu wollen aber ich würde an sich niemals mehr was anderes fahren als Mercedes, BMW oder Audi Außer wir wollen mal Lambo oder so eine richtige Luxusklasse ausprobieren und einmal den Kick Aber was anderes könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen so wirklich zu kaufen und so Weißt du was ich meine? Nee, niemals Jalcin GD fragt Besteht noch Kontakt mit Ekko wegen Alpa? Zwischen mir und Ekko besteht seit gefühlten 10 Jahren kein Kontakt Wir haben uns mal 2010 einmal wieder kurz in Kontakt gehabt aber wirklich nur ein paar Wochen auch nur ganz distanziert Und das mit Alpa und Ekko ist deren Geschichte Ich habe damit nichts zu tun Emin Shishani fragt Kennst du den Rapper Asche? Ähm Ja, kenne ich Ich weiß nicht genau wo er herkommt Ich weiß nur, er ist Chitschene und er war eine Zeit lang mit Fahrt unterwegs gewesen, glaube ich Florim Abdi fragt Wann kommt die Kleiderkollektion? Ja, hier siehst du Hier trage ich ganz exklusiv Das ist zwar ein bisschen verwaschen, weil ich habe es selber gewaschen vorhin Okay Und ich habe es zu lange im Trockner gelassen Aber das ist das PA Sports Yakuza schon Die Sex ist noch von hinten Die Motherfucker krass Das aussieht Ihr seht ein bisschen, habt ihr gesehen Und das wird bald im Shop erscheinen Wir verkaufen das jetzt schon hier auf der Tour Ist auf jeden Fall über krass PA Sports Yakuza Da werden jetzt richtig krasse Sachen kommen Johann Diehl fragt Wie findest du Flares Album? Ähm Ich muss zugeben, dass ich es leider Gottes noch nicht gehört habe Ich habe unseren Song gehört, aber ich habe einfach in den letzten Wochen Ich habe vieles, also ich höre sehr viel Musik Aber in den letzten zwei Monaten habe ich vieles ausfallen lassen Was ich jetzt nachholen werde Sogar amerikanische Releases Wäre peinlich, wenn ich jetzt sagen würde Dass ich die noch nicht gehört habe Aber ich habe so viel Action gehabt Die letzten zwei Monate, dass ich das nicht einfach so zwischen Tür und Angel machen wollte Das ist so Hawal Aslak fragt In welchem Stadtteil Hannover hat PA Sports früher gewohnt? Ich habe in Nordstadt gewohnt Ghetto Mahmoud Gül fragt Wie ist dein Verhältnis zu Kurdo? Gut Kurdo ist ein Homie Wir haben uns letztes Mal gesehen, als wir eine Heidelberg Show hatten Waren wir dann auch bei ihm in der Shisha Aber ich würde sagen Kurdo Adam Badur fragt Hat er das neue Game Album gehört? Ist es schon draußen? Ja Ich habe aber keine Scheisse Seit ein paar Tagen? Freitag, ne? Ich glaube seit Freitag ist das schon draußen Nein Das ist, glaube ich, so auf einmal rausgekommen Nein Doch, der zweite Teil ist draußen Der zweite Teil ist auf jeden Fall draußen, aber seit ein paar Tagen Nein Niemal Ist es draußen, ne? PA guckt hier gerade live bei iTunes und ist geschockt Boah Ich habe Angst Game ist einer meiner absoluten Lieblingsrapper Aber Mit LAX und ab nach LAX Wurde es ein bisschen komisch Und ich hoffe, dass es jetzt auf Documentary 2 Das ist auch wirklich Documentary 2 ist, Alter Weil Documentary ist für mich einer der krassesten Alben, die hier rausgehen Mohamed Hassan fragt Kommt ein Song mit Hammat 45 und was hält er davon, dass Hammat 45 in Untersuchungshaft sitzt? Dementsprechend, dass Hammat 45 in Untersuchungshaft sitzt, wird ja auch kein Song mit ihm kommen Wir hatten auch in den letzten Jahren nicht viel miteinander zu tun Es ist sehr traurig Sehr traurig Das ist das Letzte, was ich jemandem gönne Und Ich kann halt darüber nicht reden so, ne? Aber ich habe halt gehört, dass es Ich weiß halt, weil er lange Zeit auch mein Freund gewesen ist, so weiß ich, dass Wie ungefähr sein Vorstrafungsregister aussieht Und bei der Tat, die ihm da vorgeworfen wird, wird er entweder rauskommen oder Sehr lange im Gefängnis kriegen, denke ich Und das Das richtig abgefuckt, Alter Richtig abgefuckt Kommen wir zu den letzten zwei, drei Fragen JJ Bro fragt, was hat ihn zu Rap bewegt? Poh, keine Ahnung, okay Darauf kann ich dir keine direkte Antwort geben Das können die Kids von heute wahrscheinlich so direkt erklären Ich habe das Lied von dem und dem gesehen, da wollte ich auch Rapper werden Nein, Alter, ich bin einfach mit Musik Mein Grundinteresse lag erstmal auf Musik Und aus Musik wurde dann irgendwann Sprech gesagt, Rap Und ja Okay, 187 fragt, warum feierst du Tobias Huch, den hetzenden Steuerhinterzieher? Ich feier Tobias Huch gar nicht Ich habe nur Tobias Huch einmal beleidigt Und das war auch nicht nett, weil egal was für ein Mensch Selbst eigentlich, wenn du selbst den größten Hurensohn vor dir hast Darfst du den nicht Hurensohn nennen Allein schon von unserem Glauben her Zu fluchen ist Verboten Das heißt, wenn ich auf jemanden fluche und dann Sorry, dass ich deinen Eltern verflucht habe Dann heißt es nicht, dass ich den liebe Dann heißt es einfach, dass ich Größe bewiesen habe So und er hat was gepostet Wo er dann zu dieser Zeit Zeit natürlich dann auch was Korrektes Da hat er was Korrektes über mich geschrieben Dann habe ich ihm was Korrektes zurückgeschrieben Und jetzt, ich habe zu dem Wenn du jetzt meine Meinung wirklich zu dem Typen wissen willst Ich habe zu ihm eine gespaltene Meinung Ich finde sein Engagement Fürs kurdische Volk auf einer Seite sehr stark, sehr schön Auch wenn es mir manchmal ticken zu viel ist Und auch ein bisschen aufgesetzt wirkt Weil er glaube ich gemerkt hat, dass er voll die Community dadurch gewinnt Und er das jetzt halt auch irgendwie ausreizt Weiß ich nicht Auf der anderen Seite finde ich natürlich total unschön Wie er halt den Islam sehr oft, wie soll ich sagen, verallgemeinert Sehr engstirnig und konservativ betrachtet Und halt meiner Meinung nach überhaupt kein Mitgefühl mit dem palästinensischen Volk zeigt Weißt du was ich meine? Und das passt für mich nicht zusammen Wenn du ein Mensch mit Herz bist Dass du dich so krass für ein unterdrücktes Volk einsetzt Ja Wie kannst du dann auf der anderen Seite nicht auch irgendwie Wenigstens ein bisschen Mitleid für dieses Volk verspüren Wir wissen alle, da brauchen wir nicht zu lügen Dass da die Opfer und Todeszahlen und Kinder, die sterben und so Auf der einen Seite viel Zehntausend Mal höher sind Als auf der anderen Seite Und egal, für mich gibt es keine Begründung für einen Krieg Wenn es einen Krieg gibt, tut mir jeder Mensch leid, der dadurch stirbt Und wenn in dem einen Land hunderttausend Menschen sterben Und in dem anderen Land zwanzig sterben Dann tut mir das Land, wo hunderttausend Menschen sterben, mehr weh Aber wenn ich dann das Land unterstütze, wo zwanzig Menschen gestorben sind Und die die ganze Zeit bombardieren und machen Weißt du was ich meine? Und auseinander nehmen Und halt auch die militärischen Mittel dazu haben Eigentlich unterstütze ich doch dann was Böses gerade in dem Moment Oder nicht? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich finde nicht Politik, das ist eh so ein verlogenes Thema, Dicker Redest du zu offen Keiner, keiner, der vor der Kamera sitzt, sagt seine wahre Meinung Die er am Ende des Abends zu Hause bei sich am Tisch mit seiner Familie besprechen würde Weil das kannst du einfach nicht Wir leben in einem Land, in dem herrscht Meinungsfreiheit Ja, ja, ich fick so eine Meinungsfreiheit Wenn du deine Meinung sagen würdest, so wie sie wirklich in deinem Inneren drin ist Würdest du morgen boykottiert werden, auseinandergerissen werden Irgendwelche Hurensöhne würden über dich berichten, als ob du der letzte Hurensohn wärst So ist das Also kommt mir nicht mit Meinungsfreiheit Hier gibt es eine vorgespielte Meinungsfreiheit Sobald deine Meinung aber sehr eigen ist und für sich steht Und auch etwas Starkes oder Krasses oder auch was Schlimmes aussagt Meinetwegen, dann hast du keine Freiheit mehr Dann wirst du in den Arsch gefickt Das ist Meinungsfreiheit, ganz einfach Okay Kommen wir zu der letzten Frage von Mohamed Sönmez Sein Lieblings-Savash-Album Ähm Märtyrer Ganz ehrlich Bis Märtyrer hätte ich der beste Tag meines Lebens gesagt Nicht weil ich die Sachen danach nicht stärker oder weiterentwickelter fand Aber das war halt Der beste Tag meines Lebens war für mich wirklich eine Prägung als ich noch sehr sehr jung war Und das kann man nicht so leicht toppen Aber bei Märtyrer ist sein Sound irgendwie Irgendwie hat er auf einmal mir den Ich hatte den Eindruck, dass er auch so ein bisschen auf Beats rappt Die irgendwie so einen Street-Vibe haben Und das war einfach, das fand ich richtig geil Damit hat er mich übelst geflasht und ich finde Märtyrer ist sein stärkstes Album Okay Asla P, ich danke dir für deine Zeit Ich komme zu einem geilen Moment mitten in Casey's Show So auf die Bühne, mach meine Show Bleib ein bisschen mit ihm auf die Bühne und hab dann meine Ruhe Auf die Bühne rein zu fliegen Wie Michael Jackson Auch Leute, die an dem Tag gebucht waren Wir haben dann immer die Jam ge-crossed Wir sind dann mit unseren Jungs hingegangen Irgendwie auf die Bühne Nachts keiner geht schlafen, bevor P sein Zehn-Minuten-Flüchtel gemacht hat Ich denke, dass er sehr groß wird Er kann ein sehr großer Künstler in Deutschland werden, wenn nicht der Größte Ich verschwinde jeden Tag glaube ich 3-4 Stunden und bin nur mit dem Buch die ganze Zeit Roman Reisen, PA Sports, Kill Em All, Eiskalter, NL Bei mir im Hotelzimmer wurde eine Schusswaffe gefunden Mit einem hohen Kaliber Und dem Buch, dass er die Bühne schon wieder auf der Bühne gesehen hat Oh, ich habe den Vang weinmalen gehört in fünf Jewish Sogegen Knie und Statt voller der Bühne Wenn der Bühne schon wieder ab, werden sie über die Spitze